So moin moin und willkommen zurück zur ewig blauen Küste bei Kirby und ich gehe jetzt einmal ganz kurz zurück zur Wadli-Stadt, denn wir haben ja ein paar Sachen gesammelt, mal gucken was alles neu zugekommen ist, bevor wir gleich direkt weitermachen. Denn ich glaube die haben so ein paar Sachen neu dazu bekommen. Oh, ein Essensshop. Du hast 60 Wadl-Dees gerettet. Wadl-Dee-Kaffee ist da. Du kannst nun Wadl-Dee-Kaffee aus dem Besuch spielen. Sei flink und fütter die hungrige Meute. Und wir haben neue Sachen im Waffenladen. Power-Igel kann nun weiterentwickelt werden. Okay. Gut, wir müssen noch reingehen und das vielleicht weiterentwickeln, wenn das geht. Da. Okay. Haben einiges bekommen. Okay. Die haben wir auch gefunden. Und Blaupause. Hui. Krimskam-Siegel. Also gut, ich hole ihnen mein Werkzeug. Da. Das können wir jetzt machen. Dann wickeln wir doch mal weiter. Das überspringen. Wir wissen ja, wie es aussieht, ne? Okay. Krimskam-Siegel. Der sieht auch lustig aus. Oh, guck mal. Perfekt. Gut, denen wir mit. Und dann lasst es mal da hängen. So, haben wir. Haben wir. Den haben wir nicht ganz geschafft. Okay, wir müssen noch vermeiden Kontakt mit den Stacheln im geheimen Raum und irgendwas Geheimnis ist hier noch. Gucken wir mal. Klettertour auf den Zementgipfel. So, hier brauchen wir alles gar nicht. Wir müssen ja nur unseren geheimen Raum finden. Alles einmal haben wir ja schon geschafft. Okay. Okay. Oh, ist doch dumm. So, nochmal. Jetzt warten. Und drüber. Was? Oh. 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 schnell relativ schnell platt will ich es nicht haben Come back Ah So ein Affe Not Ja, okay, den brauche ich mir gar nicht befreien, aber Oh, hier hinten war der geheime Raum, ne? Mal gucken, ob da irgendwelche Igel sind, die wir nicht benutzen dürfen, oder berühren dürfen Vermeide Kontakt mit denen, ah, okay, deswegen, ah, okay, warte mal Das kriegen wir aber hin, wenn wir so machen Wir haben ja keinen Kontakt gehabt mit denen, oder? Genau, perfekt Okay, aber was könnte das letzte sein? Hm Ich weiß nicht, was das letzte sein kann Weiß ich wirklich nicht Das Dumme ist, das erfahren wir erst nach dem Level, das ist ein bisschen blöd für mich Oh! Ich bin auch voll dagegen geflogen, also hat er eine Rolle gemacht, oder nicht? Okay Okay Dann kann ich den Schirm kaputt machen, ne? Friere Federina mit einem Eispaar ein, okay, das hätte man natürlich machen können. Federina wird wahrscheinlich der Vogel sein, ne? Geh nochmal rein und friere Federina mit einem Eispaar ein. Kann man direkt eigentlich rausgehen, wenn man irgendwas geschafft hat, oder geht das gar nicht? Das geht wahrscheinlich gar nicht, ne? Da. 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 Das Eisdinger nehmen. Das Eisdinger nehmen. Mmh. Ok, Herr Rengi. Da! Eingefroren habe ich mir nichts, ist nur gestorben. Mist! Ach, das war blöd. Schade. Da kann man auch rausgehen, ne? Ja. Schade, schade. Aber man muss sie einfrieren mit dem Eis, aber war das nicht das Eis-Ding? Also friere, friere dir mit einer Eis-Power ein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie man die einbringen kann. Ähm, nein. Versuchen wir auf jeden Fall nochmal. Nächstes Mal. Müssen wir nochmal irgendwie hinkriegen. Das sind zwei Sachen, wo wir die 100% noch holen müssen. Trotzdem will ich niemanden noch die Folter sparen und wir gehen mal zum nächsten Level rüber. So. Stromschneider Wasser weg. Ja. Das klappt aber ihr aber nicht. Die klappt auch ganz gut. Hm. Oh. Kommt ihr da hoch? Irgendwie? Ist hier noch irgendwas? Guck mal hier. Sandburg. Eine Katzensandburg. Geht ihr noch mehr? Ja. Tum doch noch was. Ja, ok. Viel mehr sehr nicht. Boah, okay. Was du vorhin ja? Ja. Das war. Oh. Oh. Fünf Affen müssen wir ja retten. Okay. Oh. Hätt ich das noch mal gemacht? Ne, aber das ist eine Kiste. Da ist ja was für Futter drin. Ne, schade. Leider nicht. Viel Leben haben wir nicht mehr, wie man sieht. Oh. Geht's auch nicht, ne? Drüben? Ordentlich. Geht's auch nicht, ne? Ok. Drüben? Ist hier drüben noch kurz drüber zur Kiste da? Eigentlich hab ich das Gefühl da ist was drin. Zumindest ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen was. Passt noch drauf. Ähm, Milch. Sehe ich da. Ist hier auch noch irgendwas? Ja. Hier holen wir uns auch schnell Milch. Ok. Da kommt man irgendwie durch. Es geht da durch. Aber das bringt einen glaub ich nichts. Oder kommt man da irgendwo hin? Nö. Ok. Guck mal hier weiter. Ok. Hm. 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 Entschuldigung. Oh, und noch eine Blaupause. Bombenkettenblaupause. Okay. Bombenkettenblaupause. Ok. Na riesen Münster. Na riesen Münster. Did you do in one of us? Wonder? Oh, guck mal. Direkt da rein. Achso. Hier kann ich so ein Boot steuern. Ok. Ok. Es sind einige Sachen kaputt. Und es geht nach Uhrzeit. Und es geht nach Uhrzeit. Ok. Diele. Achso. Hätte ich vorhin mal gleich merken sollen, ne? Na. Verkehrt. Ok. Kann man das nochmal machen? Stimmt, oder? Ich glaube, man kann da schon nochmal rein. Wir müssen den Weg merken einmal kurz. Mal kurz gucken. Also. Erst rechts, dann links. Und bei den Dreiern in der Mitte durch, ne? Ok. Wir machen es aber nochmal. Ich glaube, man kann es nochmal reinmachen. So. Da geht es rechts, links oder auch? Na, wir schaffen es jetzt. Los, komm. Hoffe ich zumindest. Aber ich denke schon. Und die Krokodien sind auch weg. Ja, gut. Und so. So. Perfekt. Ja. Na, ja. So. Und. Oh. Oh, das ist noch so ein Treppchen. Hä? Gut. Klar, warum das gerade angekommen ist, oder? Ah, ins Wasser kann ich damit nicht, okay. Nee, die Power will ich behalten. Hä? Was muss ich denn da machen? Kann ich das Ding drehen? Ah, jetzt, okay. Jetzt kann ich das Ding drehen, okay. Okay, ich dachte, ich könnte die jetzt retten, hier ein Äffchen, weil ich sie höre, aber das ist gar nicht hier. Ist drei Konserven, okay. Werden wir auch so hochkommen. Nee, können wir nicht, wir müssen das Ding trotzdem drehen. Da muss jemand drauf stehen, glaube ich, ja, ne? Ach, da muss noch einer hin. Nee, den haben wir. Dahinter ist aber noch irgendwas, ne? Wir sehen jetzt noch eine Tür. Das Ziel kann man auch noch was hinstellen. Ah, das ist die Frage, wie? Wahrscheinlich nicht der Leiter da hinten, okay. Vollstopfen und zurück. Das sind echt lustige Ideen hier. Guck mal, perfekt. Okay. Na gut, machen wir diesen Weg. Okay. Okay. Lass uns auch... Schuss. Ach, okay. Ach, okay. Ich bin bereit. Ich glaube, wir haben bestimmt wieder irgendwas übersehen hier, aber was genau weiß ich gerade nicht. So, einmal das Ding da kaputt machen. Okay. Okay. Da geht es irgendwie hoch. Okay, das war die letzte, warte die. Aber Konserven haben wir trotzdem noch nicht so viele gefunden. Wir holen die Konserven hier irgendwo. Hm. Oh, kein Konserven hier. Hätte ich jetzt gedacht. Aber ist okay. Habt euch im Tunnel! Wuhu! Tja. Wie ihr seht, haben wir fast nichts erreicht, was wir erreichen wollten. Hm. Nur gut. Es wird also schwieriger als gedacht, die ganzen Sachen zu finden. Aber wir gucken mal, was wir verpasst haben. Bin gespannt. Und? Ja, was ist da noch? Die Goldene Fische haben gefunden. Gewinne den Kampf, ohne ins Wasser zu fallen. Ah, okay. Da, wo die ganzen Leute sind auf einmal, ne? Okay, okay. Gut. Ja, das wäre ja etwas, was wir machen könnten. Genau. Wenn wir uns direkt beim nächsten Mal drum kümmern. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. izaure